also beginnt mit der ersten 53 54 bis heute natürlich stefan kraft Thomas Diethardt Andi Kowler Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer Wolfgang Lötzl Janne Ahonen Andreas Wiethölzl Andreas Goldberger Adam Malisch Sven Hannerwald Jakub Jander Peter Brioz Kamel Stoch Martin Schmidt Ich hoffte, er hat die da nicht ohne Bubi Bradl Salzburger Kollege Jens Weiß flog, oder? Ich bin schwer enttäuscht von Martin Schmidt quiser Jens Ich bin schwery Im I Ab ihr Danke.